Will ich da irgendwie als Geist durch? Nö. Okay, aber ne Errungenschaft bekommen. Okay, alles klar. Und da ist der Wanderer. Super. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das muss doch aufgehen. Das kann nicht sein. Das ist komisch. Obwohl, warte mal. Warte mal, warte mal. Kann ich? Ne, ich muss mir erst wieder ein paar von diesen Teilen holen. Ja, das ist super. Das Leichtgewicht schaffe ich das. Das bedeutet, in Geisterform. Die Frage ist, kann ich in Geisterform auch... Das ist die Frage. Nein! Klappt das jetzt? Dass das jetzt auf ist? Die Frage ist, was ich? Oh, das ist doch blöd. Ich weiß, wo das hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da lang kommen soll. Aber was ist, wenn ich das irgendwie... Na gut. Ich weiß, wo es lang kommt. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Mit dem Geisterdash komme ich da auch nicht dran. Das bedeutet... Na ja, muss ich mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus weiter und schaue mir dann an, ob ich da irgendwas komplett durchtriggern kann. Habe ich es geschafft, diesen Schalter zu betätigen? Das wäre natürlich die nächste Möglichkeit. Ja, das habe ich getriggert. Warte mal. Vielleicht kann ich ein bisschen... Wenn ich ein bisschen schneller bin... Ja, nehmen kann ich es halt nicht. Das ist das Problem. Ah. Okay, okay, okay. Alles klar. Alles klar. Ich kann da von der anderen Seite rein. Okay. Super. Okay. Das werde ich auch direkt machen oder versuchen, es hinzukriegen. Das bedeutet, von da oben kann ich irgendwie hin. Hehehehe. Okay. Bitte schön. Damit kann ich leben. Okay. Ja, komm Oh Ähm, okay Dann hat sich das noch Äh, da gibt es noch mehr Okay, ich dachte, das spielen wir jetzt so langsam am Ende Und ich müsste irgendwie jetzt langsam mal anfangen Aber Das scheint es nicht gewesen zu sein Na, hier muss ich ein bisschen aufpassen Die Frage ist, was muss ich hier machen Ah, es wird mir angezeigt, okay Ist der schon mal weg? Das muss ich wahrscheinlich mit allen machen Super So, Kappa, das machst du wunderbar, mein Lieber So, ähm, da oben Okay Die Frage ist Nein, es geht wieder zu Okay, ich verstehe Oh, Kappa, das machst du super Oh, Kappa, das machst du super So, und das andere ist da oben Mhm Kriegen wir auch hin Versprochen Ähm, ich weiß, wie ich da lang muss Die Frage ist nur, wie komme ich da hin Dann muss ich wahrscheinlich von da oben lang Hier hoch Und dann Wieder Geisterkappa hier Rüber Und jetzt hier rüber Ja, super Und dann ist das befreit Dann muss ich nochmal zurück Und mir nochmal das Blümchen holen Und dann muss ich die Schalter aktivieren Ja, das wird ein Spaß Also klar, natürlich Spaß macht's Pfff Da musste ich runter Da kam ich nicht drüber Und es eigentlich komisch ist Weil auf der einen Seite kommst du Von diesem Blickwinkel aus Kommst du da rüber Aber zurück kommst du nicht So Gehe ich mal nochmal hoch Dann kann er nochmal ein bisschen Luft holen Wie gesagt, die rote Atmosphäre Finde ich jetzt so ein bisschen bedrückend Ah, ja, stimmt Hier bin ich ja etwas höher gelegen Oh, da ist noch eine Pflanze gewesen Okay Wunderbar Nein Nein Zum Glück kam mir einen besonderen Fuchs Oh, 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 oh Schade Oh Äh, nein Nicht schade Zum Glück, ja Oh Da Den Sprung wollte ich nicht Die Frage ist halt nur Hätte ich den vermeiden können Super So Du bist aktiv Ja, das musst du noch zweimal Musst sowieso nochmal ins Wasser Also musst du dich nicht schütteln Ähm Mein Burbi Kappa Ja Ja Hat gewirkt Super Na komm Pflänzchen Jetzt Okay Wunderbar Und jetzt hier die Seite noch Einfach so im Vorbeigehen Schwänzchen wählen Dann passt das schon Da ist es doch super Das braucht ein bisschen Zeit Bis ich das reaktivieren kann So Die sind alle Wunderbar Written in Stow Geschrieben in Stein Oha Und da will ich aber nicht ohne Geisterpower hin Das ist aber klar Vielleicht gehe ich doch lieber mal Ein Geister-Day Ah komm No risk, no fun Vor allem ist es nur Wasser Oh Jetzt Jetzt bitte aber wieder zu Foot of Glatteis Na gut Kappa Oh Jetzt wird es aber Ich bin der kleine Kappa Und ich rutsche die Bahn entlang Yeah Kein Surfer ist besser als unser Kappa Und keiner ist süßer Und fluffiger Und knuffiger Ah schön Wie lange bin ich den jetzt schon wieder am Aufnehmen Na eine Stunde 15 Minuten ist okay Yo Jetzt aber Full speed ahead Mit den Pfoten Rutsche ich Die Gewässer entlang Als wenn sie mein Territorium wären Der kleine Kappa Der macht das doch locker So und gespeichert Super Ah jetzt nehme ich hier wieder Kapitel 5 Okay Okay Kapitel 5 Ich mache weiter Ich mache einfach weiter Wo ich einfach Lust dazu habe Ah jetzt wird es wieder schön Oh super Ich habe natürlich jetzt Wieder ein paar Menschlein vergessen Man kann von mir doch Ah hier muss ich Was aktivieren Ja nicht schlecht versteckt Simpel aber effektiv Oha Oha Ähm Ich hole mir da erst nochmal wieder Ein bisschen Geisterpower Muss ich das? Yo Oh 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 Der arme Kappa Der wird ständig nur hin und her Hin und her geschossen Na gut Ist aber wieder mal schön Tageslicht zu sehen Und nicht nur diese bedrückende Rote Sporenatmosphäre Oh ist das schön hier Ist das schön hier Ist das schick Einfach große weite Wildnis Na Wildnis würde ich nicht sagen Aber es ist eine schöne Gebirgslandschaft Mit schönen saftigen Wiesen Die scheinen hier den Fuchs richtig zu verehren Also überall diese Fuchsstatuen Das hat was Das hat was Und diese Ruinen geben einem noch den richtig schönen Touch Das muss man lassen Das hat echt was Und da oben das Schloss mit diesen roten Dingern Nicht ganz so schick So da hinten hole ich mir nochmal eine Geisterpower Ich will natürlich so viel mitnehmen wie möglich Das sieht man natürlich gerade Dass ich da nicht einfach hier durchrenne und fertig Hauptsache ich komme weiter Sondern ich will natürlich auch Ähm Ah das geht nur bis zu einem gewissen Grad Okay Das müde ich mir jetzt nochmal schnell Und dann Feuer frei Ich glaube da muss ich nämlich richtig schnell langen Wo will ich langen Was war denn das Okay Das war ganz lustig Aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt Dass ich das machen muss Ich bin dann nur schneller vorangekommen Was ja nicht so mein Ziel ist Wenn ich das machen muss Ist natürlich klar Dann mache ich das Aber vorher möchte ich hier noch alles In Ruhe angucken Vielleicht habe ich ja irgendwo was vergessen Obwohl ich das nicht glaube Ich glaube so gemein sind die nicht Das soll ja vor allem auch kein gemeines Spiel sein Warte mal Vielleicht kann ich Ich will mal was probieren Ich will mal schauen Ob ich das vielleicht mit Der Geisterform beschleunigen kann So dass ich einfach als Geist hier so Weißt du was ich meine So als Geist hier durch Breche So okay Das wird aktiviert Dann hole ich mir schnell das hier Und dann hier als Geist Einfach mal so schnell wie möglich durch Na gut Dann nicht Und dann nicht als Geist Dafür reicht die Geisterzeit glaube ich nicht aus Einfach durch So schnell wie möglich So schnell wie möglich Dann gehe ich nach links Aha Aha So geht das also Ich verstehe Super Hab ich doch Hab ich doch richtig gedacht Oh Da in diesem Schloss Es wäre schön gewesen Wenn man das fertig gemacht Äh wenn man gesehen hätte Dass wir das fertig gemacht haben Und dadurch Aha Das Tor hier ist kaputt Okay Ist natürlich Nicht so super Es wäre natürlich schön gewesen Wenn wir irgendwie geschafft hätten Dass Das Tor hier aufhört Aber irgendwie Hab ich das Gefühl Ich weiß nicht Ob mal Ob das aufhören soll Das rote Zeug Okay Okay Da sind wieder ein paar Blumen Ansonsten kann ich mir hier nichts holen Na gut Okay Ich habe irgendwie das Gefühl Das hätte ich da bei dieser Burg Was vergessen Da wo diese rote Farbe herkommt Aber ich kann mich jetzt nicht dran entsinnen Als hätte ich da was vergessen So Da hinten sieht auch Sieht es auch so aus Es gäbe es nichts Hm Ich gucke trotzdem nochmal nach Ich bin mir da gar nicht so sicher Schade dass keine Musik Äh Aktuell da ist Finde ich ein bisschen schade gerade Ah hier ist noch ein Blümchen Was haben wir hier Nichts Okay Schade Ich habe immerhin das Blümchen gefunden Ist ja auch was Unser Kappa ist ja relativ genügsam Der freut sich schon über eine Blume Ich muss ihm auch mal wieder ein paar Zimmer pflanzen Im Sommer ist das immer unglaublich beruhigend Ein bisschen grün fürs Auge zu haben Ich will da jetzt nicht reinfallen Weil ich glaube wenn ich in diesen Fluss falle Dann falle ich Dann rutsche ich komplett den ganzen Weg zurück Von daher Und da hinten sind noch Blumen Gibt der noch irgendwo Habe ich da irgendwas gesehen Nein okay Warte mal muss ich das nicht irgendwie aktivieren Ich habe das Gefühl Das müsste ich da irgendwie rüber Da oben ist was Die Frage ist nur Wie komme ich da hin Warte mal Ja das war mir so klar Na ich könnte noch ein bisschen Ich könnte ihm noch ein bisschen Einhalt gebieten Lass mich mal Überlegen Darüber Vielleicht in den Wasserfall rein Von hier drüben aus Das bedeutet ich muss hier irgendwas aktivieren Damit dieses Portal freigeht Die Frage ist nur Was Muss ich hier aktivieren Vor allem wo Warte mal Kann ich hier irgendwie Ne Der springt da automatisch da so lang Okay Vielleicht kann ich hier irgendwo So ein bisschen Ne Die Wand Das war gerade eine andere Aufnahme Schade Okay jetzt wird es richtig kompliziert Da kann ich nicht hin Ich sehe aber auch nichts Was mich jetzt großartig Ne Schwanzbädeln hat auch nichts gebracht Hä Das wundert mich jetzt ein bisschen Okay ich kann scheinbar hier hoch Bringen tut mir das aber gar nichts Warte mal Nee das ist nicht das Richtige Ich muss hier das Richtige suchen Okay So was haben wir hier Ich hab keine Ahnung Was da richtig ist Weil das jetzt auf einmal Ganz andere Schlüssel sind Ah Das war doch richtig Okay Kreisel Okay Gibt es hier noch irgendwas Super Ich weiß zwar nicht was das jetzt genau Getriggert hat Aber Nee ich muss da sowieso lang Ich muss mir nochmal eine Ladung Geisterzeug holen So Und jetzt hier rüberspringen Und jetzt hier hoch Das haben wir Das ist super Unser Kapper macht das schon Hier gibt es eine Höhle mit Blümchen Das war es auch schon Okay Na gut Hier haben wir nichts Auch kein Stöckchen Ich ؟ Bäm Geh jetzt hier hoch Hier will ich mal rüber Mal gucken ob es hier irgendwas gibt Ah der sah von Weitem Nur so ein bisschen bräunlich aus Deswegen habe ich gedacht Es wäre etwas besonderes Aber war nicht der Fall Na gut Ist aber wunderschön Schick. Vor allem eine coole Idee. Aber hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Oder war ich hier noch nicht. Ne, das war was anderes. So, jetzt bin ich aber noch mal zurück. Ich glaube, ich muss alles irgendwie aktivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entschuldige Kappa, ich will dich jetzt nicht auslaugen. Und der unser lieber Kappa könnte echt eine kleine Pause verkraften. Hier gibt es auch ein paar Blümchen, oder? Ne, das war dann links, glaube ich. Auch nicht. Da. Ist aber ein bisschen weit. Ja, ja, ist ja gut. Du bist ein ganz lieber. Ja, ganz genau. Dich meine ich. Unser Kappa. Und jetzt hier schnell rüberspringen. Wir wollen ja nicht, dass du wieder den ganzen Weg zurückrutschst. Aber muss ich das echt noch zweimal machen? Ich finde es ein bisschen komisch. Oder es wäre ein bisschen komisch. Wenn es hier nichts mehr geben würde. Ich muss ja irgendwie das gesamte permanent zum Leuchten bringen. No. Da unten. Eich Idiot. Da noch eins. Was ist das jetzt alles? Ja. Jetzt ist auch der letzte Fuchs. Leuchtend hell. Er strahlt. Gut. Die Frage ist, was machen wir jetzt? So, dann nehme ich mir erst mal nochmal ein bisschen Spirit Power mit. Was haben wir hier? Ah, eine neue Fähigkeit. Spirit Dash. Ähm, okay. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Na, das war vielleicht nicht ganz so schlau. Aber das kann nicht sein. Das muss so sein. Außer ich muss einfach hier. Aber das reicht nicht. Das kann doch nicht sein, dass das nicht reicht. Hier vielleicht. Nee. Ja, ich habe jetzt diesen Dash. Der bringt mir... Was ist wenn ich... So, also. Und jetzt geht das Tor hier auf. Super. Okay. Das wird noch richtig komplex. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Jetzt natürlich wieder zu. Aber wir haben es ja. Ja, die habe ich alle. Warum gibt es jetzt keine Welle? Das mit dem Dash ist cool. Generell finde ich die... Anlagen alle ziemlich nice. Aber trotzdem nochmal hier unten gucken. Nicht, dass ich hier... Jetzt hier durch Dash und irgendwas vergesse. Aber okay. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh, das war knapp. Bin mir nicht ganz sicher, was jetzt da das Richtige ist. Gebirge, Gebirge, Gebirge. Ich weiß nicht. Das ist richtig. Okay. Ich hoffe, das bleibt für ewig. Und nicht, dass ich das gleich nochmal aktivieren muss. Weil ich will mich ja noch ein bisschen hier umgucken. Okay, das wird richtig cool. Da hinten ist was Rotes. Ich weiß nicht, dass ich das gleiche umgucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020